Anika, was ist mit dir los? Glaubst du, du kannst mich wissen? Sag mal bloß! Was geht in deinem Kopf da auf einmal so vor? Denkst du, du bist cool und hast nur Horrorcore? Schon MC Bossard hat dich damals gedisst, er sagte, er hat eine dreckige Schlampe gefixt. Du warst damit gemeint und das weißt du genau. Du bist eine Missgeburt und auch noch eine Frau. Du bist eine Schwanzgesicht, ich hab dich geklatscht. Auf ein paar Platz hast du zugegeben, dass du eine Pussy bist. Jeder hat gehört, jeder wusste es. Doch du stellst dich jetzt ab, dass es du warst. Doch wenn ich vor dir stehe, sagst du, mein Gott, es tut mir leid, ich mache dich auf, mein Arschloch bleib. Ist mir egal, ich hab keinen Bock, mich zu ficken. Ich hab lieber Bock, mich auf der Straße zu verticken. Für ein 30er gehst du die Stunde mal raus. Doch wer fickt schon einen jämmerlichen Clown? Du bist ein Schwanzkopf mit riesen Kapo und ich geb dir eine auf deine Klappe. Du bist ein Hund, NADK, was ist los? Glaubst du, du kannst mich ficken? Ja, was ist denn da los? Sag mal bloß, bist du ein Opfer oder was denkst du dir, dass du mich opfern kannst? Du bist ein Schwanzgesicht, ich geb dir einen Diss. Du bist eine Hure und ich geb dir einen Fick. Du denkst, du bist cool, doch du kannst ja nix. Also komm schon, NADK und fick dich, du Bitch. Deine Kira macht den Mund weit auf, ich schieb dir meinen Schwanz rein. Ja, genau. Sie freut es, denn das ist Kolgatia Weiß. Wenn ich abspritze, ist das mein Beweis. Das war ein wenig, ich bin aus dem Nikolai Weiß. Bis zum nächsten Mal.